Ahhhh, das war ja Hardcore, ey. Günstig wäre ja natürlich, wenn ich den direkt in Knockdown kriege, ne? Wenn man den irgendwie in Knockdown kriegen kann. Das wäre ja optimal, ne? Dann haue ich den einfach zu Klump, dann ist er im Knockdown und dann mache ich ihn einfach tot. Boah, irgendwas machen kann. Klingt auf jeden Fall nach nem guten Plan. Da geht es da. Was ich wirklich? Da geht es mir schon jetzt. Egal, wie? Das war schon schon? Ja, das war schon. Nein, nicht mehr. Ingen? Was macht er jetzt wieder Clowns-Dinger? Ich? Jetzt? Was hat er jetzt gemacht? Hat er jetzt genau gemacht, was ich gesagt habe? War kurz im Knockdown und hat sich einfach komplett verprügeln müssen? Ja, fuck. Ja, direkt wieder einen Clip draus machen. Wie bei Melenia. War komplett zu Club gehauen, das Ding.